Musik Hallöchen und Willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Nuzlocke und es ist die Nuzlocke zum Pokémon-Spiel Platin. Wir nennen Bidiza Knusperle, weil es knuspert gerne mit seinen Vorderzehen, die gleich groß sind wie Ratzfratz oder Ratzfratz. Wer hat ein Scheinux fangen können? Mit Bedrohung? Okay. Nope. Nope. Ich habe Erfahrungen gemacht mit Macholos und Twitter fand das gar nicht gut. Deswegen wechseln wir jetzt einfach mal zu Fäustchen. Wow, das hat nicht gekippt. Karate Schlager hat eine hohe Volltrefferquote. Nein! Nein! Und besiegen den Arbeiter Wolfram. Hab erbarmen? Deine Mutter hat erbarmen, mein Freund. Nix da. Oh, direkt ein Encounter, Alter. Was zum Teufel ist das denn, Mann? Ihr kennt ihn alle, Freunde. Und sein Name ist John Cena! So, so nennen wir einfach mal unser Macholo. Und jetzt mit John Cena. Bin ich guter Dinge. Fuß Kick. Ich gehe mal für einen Fuß Kick. Wahrscheinlich hat er Robustheit. Und sein Name ist John Cena! Ja, wird es denn. Es ist ein Volltreffer. Mit der Flinkklaue und dem Energiefokus rushen wir durch diese Arena, Alter. Fast 300 EP. Okay. Aufgeschrieben. Notiert. Und gemä... Digga, willst du mich foppen? Willst du mich ficken? Ficken, Zubat? Warte mal, was? So viele sind ja noch gar nicht da! Was ist los mit euch? Seid ihr etwa noch in der Schule? Seid ihr etwa noch in der Schule? Seid ihr etwa noch in der Schule? Okay. Das ist ein Schlüssel, der gehört bestimmt zum Windkraftwerk. Ja, ich vergesse immer auch meine Schlüssel immer auf dem Feld. Auf dem Blumenfeld. Keine Ahnung, was die... Was die... Ne? Galaktikrübel haben hier. Ja, okay, Verhöhner. Superschall kannst du dir in den Arsch schieben, mein kleines. Und alles, was du noch machen kannst... Das Ding hat heute einfach Toxin ansetzen! Ist klar! Ist klar, mein Freund! Hier, friss ne Blut, Alter! Komm mit deinem Blutsauger! John Cena, komm schon! John Cena! John Cena! Huch! Huch! Komm schon, Crit! Bitte! Nein! 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 Diese dreckige Sinne wäre, Alter! Kann das Ding Level 16 Donnershock? Ich glaub nicht. Ich... Glaub nicht, Leute. Äh, ich geh mal für'n Doppelteam. Huch! Es hat Folkensprungen! Es hat wirklich Folkensprungen! Nein! Nicht auf mich! Warum?! Du Wichser! Oh mein Gott! Wir haben's überlebt! Aber wir kriegen die Para. Bababa-baba-baba-baba-zubba-baba-baba-duba-duba-du-du-du. Schauen wir mal, was wir da... Woaah! What?! what the fuck dieser bastard hat mein mit ner kraftreserve kampf das war nicht mal stab haut er einfach ne kraftreserve raus und one hittet mein scheinbrite und ja warte mal john cena sollte ein anton fucking noch mal ausbieten auch ohne flingklaue es ausbieten nicht oh mein gott er geht auf schanera junge ok ich gebe lilly mal die sanftglocke die saftglocke die hab ich in der wo ist meine freundes die saftglocke alter will ich switchen hat der mogelheap ich gehe vom karat ja mogelheap scheiße es war an diesem moment die sepheron wusste er sich verletzt ja warte mal oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott bitte nicht gift gift lass mich über nein wir haben john cena verloren ich hab die kreide schreis vergessen bitt schals maul komm zeig mir doch dein magnetilo komm schon ja wenn jetzt muss es das muss sitzen und treffen und tot töten nein es hat nicht gereicht es hat nicht gereicht ne aber er ist er kann angreifen ja ist nicht mehr verwirrt ja läuft bei ihm läuft bei ihm jetzt hat er drei doppelteams oben ist klar ist okay freund alter kannst du okay du willst dieses spielchen also spielen du willst dieses spielchen spielen okay das spiel kann man zu zweit spielen mein freund anscheinend nicht anscheinend kann man gar nichts hier spielen anscheinend kann man gar nichts spielen hier in diesem scheiß spiel alter dann geht der auf max doppelteam oder wie ich werde nie mehr treffen ich werde nie mehr treffen scham aber nicht auf mich oder du bist so ein hurensohn diese diese viecher sind echt competitive am start kleinen stein die kleinen steine außer er hat robustein surprise motherfucker oh mein gott nein das ist species claws aqua knarre der typ hat aqua knarre oh junge kannst du mal bitte aufhören bitte 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 kannst du aufhören mit dieser scheiße ey junge ach komm schon ist klar ja ja jetzt hauen sie der hex wieder raus ne alles verwirrt sich in meinem team ja ja ist schon okay ist schon okay ich weiß ich sehe das ich merke mir das ich merke mir das trauen von dir ist schon okay passt schon alles gut zur feier des tages werden wir heute noch zur nächsten route watscheln und uns da einen encounter holen denn jetzt sind die bastarde weg die da waren nö werden wir nicht wir werden keinen encounter mehr holen 14 ja warte mal luße willst du mir sagen dass du genau gleich schnell oder langsam bist wie ein fucking knospi Okay Alles klar, Freunde Evoli kommt in den Kampf Immer diese Knospis, Alter Ich hab ja auch ein Knospi Und dieses Knospi heißt Fodder Und weißt du, wieso es Fodder heißt? Weil du jetzt ein Knospi, beziehungsweise weil du jetzt Mein Aquila mit deinem Knospi gefordert hast Das ist gefüttert Mit den Samen Naja, Aquila hat gerne Samen Plauderguy, ein normal Wird ja immer besser bei dir, Freund So, Geheimpower, Bäm Geschwätz, oje Geschwätz, oje Es war in diesem Moment, dass Sefirunder Boss Nö, er schwebt Ich kann nicht mehr fliehen Oh mein Gott, Leute, helft mir Helft mir Helft meinem Riddle, bitte Gegen dieses Mobile Gegen dieses Mobile Warte mal, was? Warte mal, was? Was sagen sie da? Mobile hat gar keine Chance gegen Riddle? Pff, das ist ja lächerlich, Alter Was denken sie eigentlich, wer sie sind? Bro Wollen die mir was erzählen, ey Warte mal, ich kann kein Fluchtsalier Seriously, willst du mich Willst du mich Verarschen? Oh Gott, ist es das? Ist es das? Ist es das? Oh Leute Let's go Leute Alter Schwede Die Musik Die hat ein fucking Lucario Die hat ein Lucario Die hat ein fucking Lucario Auf Level 32 Oh shit Das Ding hat eine Metallklaue Und die ist neutral Oh mein Gott, Alter Da hinter dir Da war gerade Da war gerade Gar nichts Jetzt ist auf einmal Ein Interface Ist ein Schaufler Definitiv die bessere Variante Außer, wie gesagt Er schwebe Na toll Dann gehen wir eben Auf Zornklinge Flucht gescheitert Ey, ich bin Level 28, Digga Oh mein Gott 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 Walzer Was habe ich gegen Walzer Nichts Man kann kein Gewinnspiel machen Ohne dass ein Paket am Zoll hängen bleibt Alter, nicht vertrauenswürdig Ihr habt Scan Scangeräte da Ihr könnt das Paket sogar aufmachen Ihr seht, dass ein 3DS drin ist Vertrauenswürdig Weil es nicht aus der EU kommt Weil es vom Nachbarland kommt, Alter Oh nein Oh nein Oh nein 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 Er outspeedet uns Und das war's mit Riddle Also wenn er uns jetzt nicht flinscht Oder nicht freest Dann können wir Bojelin Weghauen Komm schon Pan Pan, du musst stark sein Nein 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 Oh Wir haben all unsere Pokémon verloren Bis auf Pan Okay Einmal treffen Ja Das letzte Erbeben Der Blinde Let's go Shit, Alter Und jetzt töte dieses scheiß Luxio, Alter Wir haben MOTHERFUCKING HELLBOY IN THE HOUSE UNSER MOTHERFUCKING HELLBOY Freunde Das ist Hellboy Willkommen in einem Platinum Naslock Hellboy Du bist ein fucking Morlord, okay Okay Erdbeben, bitte Töte Stab Sehr effektiv Komm schon Komm schon Komm schon Ja Und das war's mit fucking Empoleon, Alter Da hat sich die Grinding Session auf jeden Fall gelohnt, Leute Holy shit Was für ein Kampf mal wieder Daumen hoch Ey, wehe Dieses Georock tötet jetzt mit dem Finale Mein Doppelinde Es wäre so Feuchtigkeit, stimmt Feuchtigkeit Ha Bitch Bitch Ich hab die Fähigkeit von Doppelinde vergessen, Alter Du kleiner Wichser, Alter Ich muss für den Surfer gehen, ich hab keine Wahl Nein Das Ding hat Zauberblatt, nein Bitte Lass 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 mein Doppelinde leben Oh Nein 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 Oh mein Gott Bitte Outspeed Doppelinde Ja Ja Huch Der Blinde Oh mein Gott Wir hätten fast unser MVP verloren Tut mir auf jeden Fall echt leid Ja Ne Schnauze Oh Junge Da muss ich echt mal Insta mal ein ernstes Wörtchen reden mit den Leuten Holy Okay Okay Was ist da los, Alter Terroranschlag Hatte Apo wieder einen Bombenprank gedreht Oh, natürlich Wer hätte es anders sein können Es ist Apo Apo Red Mit seinem Bombenprank Guckt ihn euch an, wie er da steht, Alter Tja Jetzt werden wir Apo vermöbeln Oh, der will Will er kämpfen? Der will gar nicht kämpfen Oh, okay Dann Ist ja wieder echte Apo, Alter We willst du ficken? We willst du ficken, Digga Blizzard Oh nein Bitte Bitte tank Pampers Du musst ihn tanken Ich weiß, es ist der App Und es ist ein fucking starker Tag Aber What? Nein Und der Blizzard Und der Hagel Killing Pampers Killing Pampers Killing Pampers Killing Pampers Killing Pampers Du solltest seine schmutzigen Finger bei dir behalten Bitte kein Kadabra Bitte kein Kadabra So Oh Gott, da ist es ja Da ist der Kadabra Hallo Kadabra Psychokineser hat der Boy, Alter Dann lass uns Cyrus mal wrecken Mit dem Wrecking Ball Oh, wir kriegen den Burn auf Bronzel Okay Dank dem Lichtschild hat er es nämlich überlebt So Der Doppelburn, Alter What? Kein Burn auf Mamfaxe Bitte What? What the fuck ist da los? Nein, wir haben gerade fucking Mamfaxe verbrannt Scheiße Das wollte ich nicht Aber der Steinhagel Macht kein Damage mehr Hey, das ist ein Das ist immerhin etwas Eine Welt, in der die Regel von Zaum und Von Zaum und Zaum Von Zaum und Zeit Der Ka-Dam Zaum Ja Digga, willst du Willst du mich jetzt Hier über Willst du mich jetzt hier aufklären? Ich weiß, was dein Plan ist Mein damaliger, damaliger Lehrer hat dich geschickt Gib's zu, Cyrus Wie viel bekommst du für diese Scheiße hier eigentlich, hä? Wie viel bekommst du dafür? Ich will aber nicht höher, ich will Ich will den dritten Stein Ich brauche einen verfickten Stein Just give me the stone Alter, fuck Entweder Hellboy muss natürlich outspeeden Oder die Flinklaue muss progen Ich kann nichts rein switchen Und wenn er outspeedet Dann ist Hellboy weg Dann ist mein stärkstes Pokémon tot Ja Ja Die Flinklaue Hoch Und das war's, Alter Das Ding überlebt niemals Einen vierfach fiktiven Donnerblitz Tschüss, du Nutzer, Alter Oh mein Gott Wie wir uns durchmogeln hier Ich könnte mit Pampers drinbleiben Und versuchen zu flinschen Und ich glaube, das ist die Lösung Ich hab nichts anderes Vielleicht Mit Ja Mit fucking flinches, Alter Oh mein Gott Es ist perfekt Luftschnitt Bitte kein flinch Sondersensor Sondersensor Bitte kein flinch Das ist nicht Step Deswegen wird es weniger machen Bitte kein flinch, okay Ja, dankeschön Willst du mich verarschen? Nein 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 Bitte nicht Bitte nicht, Bojelin Bitte nicht Krittet er mich Wollen diese Bojelins mich ficken In diesem Spiel Wollen die mich ficken Das muss ein One-Hit werden Und es wird keiner Oh mein Gott What the fuck, Alter Oh, da kommt auch schon der erste Luftschnitt Oh, shit Der zieht ab, Alter Oh, das war ein Critt Crittflinch Und der Bojel hat einen Temposchub Als ob die Liga einfach mal so losgeht, Leute Er kriegt einen Critt Einen Flinch Und dieses hier an Mega hat Temposchub Das heißt, er outspeedet uns immer Er hat die Steinkante Er hat sie tatsächlich Oh mein Gott Bitte, Hellboy, überlebe Oh mein Gott, Hellboy Bitte, bitte Bitte, bitte, bitte Oh mein Gott Oh mein Gott Lake, du musst reichen Du musst einfach reichen 130er Step Du Wichser Alter Wird zurückrufen Bronzong No way Schwebe Oh mein Gott Leute wir haben ein Houston wir haben ein fucking Problem Am besten ne Er geht dennoch für die Steinkante Und er trifft natürlich auch Er trifft jede Steinkante Alter no way Was für Damage macht denn der Schon wieder ein Crit Zwei Crits nacheinander oder was Das kann doch nicht sein Alter Es tut mir leid Es tut mir leid Aber wir kommen nicht mehr zum Liga Champs Und er trifft ihn Und er trifft ihn Er trifft den Fokus Blast Ich glaub das nicht Wie kommt's dass ich diese Attacke Permanent verfehle Und die Steinkanten und Fokus Blast raushauen Und jeden Verfickten Move treffen Oh mein Gott Die Schweinerei kommt durch Diese Schweinerei kommt durch Bitte töte Bitte reiche Bitte reiche Bitte reiche Wenn das nicht reicht Und sie mich killt Ja Oh mein Gott Oh mein Gott Wir gewinnen dieses Match Falls wir in die Situation kommen Eine verwenden zu müssen Kriegen wir einen Boost Please Pampers Please Ja Yes OMG Ich hoffe dass ich flinche Please Flinch Pampers Du musst flinchen Oh mein Gott Das war ein Crit Und das reicht für fucking Melotik OMG 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 Pampers 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 Kommt durch Und sie hat nur noch zwei Pokémon Und sie hat nur noch zwei Pokémon Wir sind gerade Mit Pampers Gegen fucking Große Radl Wir uns beaden Wir sind auf plus zwei Und das ist ein Stab Luftschnitt Von einem fucking Pampers Pampers Sweeped Pampers Sweeped Fucking Cynthia Alter What The Fuck Alter Oh mein Gott Pampers MVP What The Fuck Oh My Fucking Gott Wir haben Fucking Cynthia Gerade Gesweeped Mit Pampers Mit Einem Pokémon An Alle Euch Die dachten Ich würde es nicht schaffen Fickt Euch Und wir sind Motherfucking Champion Der Sinnoh Region Mit Diesem Team Guckt Euch Dieses Team An Es Sieht So Gut Aus Ich Liebe Dieses Team Ich Liebe Dieses Team Oh Ich Liebe Dieses Team Leute Dieu anov siege bow Debbie onom Dia beat depois üt этому ¿ Sophie Sue People побед Please